Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Donnerstag, dem 12. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 160 und heute haben wir die folgenden Themen. Pier 5, Samsung Unpacked, Open App Market Act und Wear OS. Ich starte gleich mit eben Pier 5. Das wird dem einen oder der anderen hier im Podcast wahrscheinlich nicht so viel sagen, aber dazu hole ich ganz kurz ein bisschen aus. Microsoft nutzt ja bei Teams ein sogenanntes ECDN, das ist ein Enterprise Content Delivery Network. Das hilft, die Streams in Unternehmen intern ein bisschen besser zu verteilen, schneller zu machen, dünner zu machen, schlanker zu machen, sodass das Ganze ein bisschen schöner durchs Netz flutscht. Und Dinge, die man besser machen möchte, kann man immer noch ein bisschen besser machen. Und deshalb hat sich jetzt Microsoft Pier 5 ins Team geholt. Wahrscheinlich vor allem die Manpower und die Technologie dahinter. Und das Ganze wird jetzt über die nächsten Monate und Jahre in Teams integriert, womit das Ganze noch sauberer und schneller oder besser oder optimierterer laufen sollte. Dann hat, wie ja gestern schon angekündigt, am gestrigen Tag, am Nachmittag, das Samsung Unpacked Event stattgefunden. Und was hat Samsung gezeigt? Nicht nur die kurz angeteaserte Watch 4. Es gab auch neue Kopfhörer, die Buds 2. Dann gab es auch faltbare Smartphones und zwar das Galaxy Z Fold 3 in der 5G-Version und das Z Flip 3 in der 5G-Version. Das Fold ist das grosse zum Klappen, das kleine, das Flip ist das kleine, das Flip halt. Was ich ja vor knapp einem Jahr mal im YouTube-Video oder besser in zwei verschiedenen YouTube-Videos gezeigt habe. Was können die besser? Was ist da optimiert worden? Vor allem ist es an der Technik, an der Möglichkeit des Faltens, am Display selber mit Kratzern und solchen Geschichten. Staub und all diese Geschichten können weniger gut eintreten. Und ja, das Ganze soll einfach zuverlässiger funktionieren. Preislich ordnet sich das Ganze und jetzt finde ich es nicht mehr irgendwo ein. Ab 1049 Währungseinheiten. Genau, jetzt haben wir es hier fürs Flip. Und das grössere Modell habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Es hat aktuelle Prozessoren, den Displays mit hohen Bildschirmwiederholfrequenzen, Snapdragon 888 Prozessor von Qualcomm und so weiter und so fort. Also von der Technik her schaut das Ganze sehr, sehr spannend aus. Auch spannend schaut es bei der Uhr aus, die ja die erste mit dem neuen oder schon wieder neuen Uhrenbetriebssystem von Google ist. Das wäre OS in der dritten Version und ja, soll ab dem 27. August dann im Handel erhältlich sein. Die Galaxy Buds sind ein bisschen schlanker geworden, auch ein bisschen günstiger, haben nach wie vor ANC integriert, Transparenzmodus und so weiter und so fort. Und die gibt es ab 100, ich glaube es waren 50 Währungseinheiten seit dann um den Dreh rum. Dann gibt es Neuigkeiten für Apple und Google vor allem. Der Open App Market Act, das ist ein Gesetzestext, welcher aktuell sich am Verabschieden ist. Das heisst, er wird durchgewunken durch den amerikanischen, ich glaube das geht durch den Senat durch. Und da soll es darum gehen, dass man den grossen App-Stores ein bisschen die Kraft wegnimmt, dass man nicht mehr die Entwickler auf das eigene Bezahlsystem münzen darf, dass man die Entwickler nicht mehr so in Anführungsschlusszeichen unter Druck setzen darf, dass die ihre App nicht in eigenen Stores günstiger anbieten sollen etc. Ich freue mich schon auf das riesen Durcheinander, die vielen möglichen Abrechnungsgeschichten. Für mich dann ganz klar, ich werde definitiv weniger Apps kaufen und wahrscheinlich dann auch eben bei Sachen, die es nicht über den offiziellen Wege machen, nicht mehr. Und die werden mich dann als Kunden verlieren. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich so in die breite Masse der Menschen schaue, wie viele Apps es die drauf haben, wenn überhaupt, dass es da dann relativ ähnlich aussieht. Und ja, es ist morgens 4 Uhr, ich muss mich beeilen, die Folge muss raus. Was gibt es noch? Ein drittes oder nochmals Wear OS? Anscheinend soll es nicht nur für Wear OS 3 Neuigkeiten geben, sondern Google hat sich jetzt doch ein bisschen erweichen lassen und noch ein Update für die Wear OS 2 veröffentlicht. Was nicht heisst, dass die einzelnen Uhrenhersteller dann auch die Updates für ihre und vor allem für alle Modelle bringen. Aber vielleicht werden wir das eine oder andere Gerät mit den zusätzlichen Updates sehen. Was kommt neu hinzu? Zumindest in gewissen Ländern Google Play obendrauf. Interessiert uns jetzt weniger, weil das bei uns schon überall gibt. Aber halt Länder wie Irland, Dänemark, Chile, Brasilien, Belgien, Finnland, Hongkong, Irland, Neuseeland, Kroatien, Norwegen, Schweden, Slowakei, Taiwan, Tschechische Republik, Ukraine und die Vereinigten Arabischen Emirate bekommen jetzt eben die Möglichkeit, dann auch mit der Uhr zu bezahlen. Das wiederum ist ein schönes Update für all diejenigen, die es bis jetzt noch nicht gehabt haben. Zusätzlich kommen noch ein paar andere kleine Updates mit dazu. Jetzt bin ich wirklich gespannt, welcher Hersteller sich da dann noch bemüht und auf die in Anführungszeichen alten Geräte noch die Updates bringen wird. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ich habe heute knapp vier Stunden Tennis gespielt und bin kaputt. Ich kann nicht mehr. Gute Nacht miteinander. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.